Wir ficken dort erstmal. 2 reichen Alpha, aber geht links rum nach Alpha, weil die schießen vielleicht auch rüber. Sven und ich gehen zu A. Und Wülfe gehen jetzt da zu C rüber? Drei. Wir gehen aber rechts rum, versuchen rechts rum zu gehen. Viel Erfolg Jungs, viel Erfolg. Spoten auch wenns geht. Die laufen alle zu C, das ist schön, da können wir Hitman und ich... 1,5 ist draußen auch. Ja. Ich hoffe es nicht. Wir haben 100 A. Was stehst du denn? Jetzt, ja. Wir warten jetzt auf die, erstmal warten und nicht alle pushen. Wir können doch nicht. Ja, viel zu früh. Hitman bist du schon dort, oder was? Sven, ich mach ne Ansage. Keiner Daumen bei B. Alles klar. Ich hab zwei an Charlie. Noch einer, fuck. Jo, ich komm, ich hol den. Ich hab zwei an Charlie, einer bei B. Ich hab ihn. Die wurden gerätzt, sorry. Scheiße, ich hab gedacht, der wurde nicht gerätzt. Ich hab jetzt bei 1 in der Zeit, ne? Fuck. Ja, wir haben B. Okay, jetzt schön Verteidigungsfinie machen. Ich wollte nur def bleiben. Kommt einer. Treffnicks, tust du die Außenseite sichern? Ja, ja, mach ich. Gut, gut, gut. Halt und leise. Ich sicher unten ab. Untere Treppe sicherlich ab. Weiter down. A, eine A, eine A. Ah, da kommt's halt nicht rein. Ich verscheiße, unsere Treppe kam. Der ist weg. Sauber. Ah, warum ist ein A weg? Ja, ich hab... Ey, Jungs, da waren zwei Leute. Ich hab ihn geholt. Geht's auf Charlie drauf. G, G, Rauf. G, okay. Hier, hier, die Treppe von A. Geht einmal hoch. Ah, nicht Olle. Andere müssen braver bleiben. Ja. Ich bleib braver. Einer ist da noch. Ah, zwei für die andere Treppe. Wo ist der süß? Ach, einer da bei A ist bei C hinten drin. Der hat nicht mehr viel. Packt ihr C oder soll ich mit verschieben? Nee, geht, glaube ich. C haben wir gleich vielleicht. Hm, ich traute, ich traute. Ich verschieb meine Seite nicht mit auf C. C ist down, C haben... Oh, hier ist noch einer. Nee, doch. C ist down, alles. C habt ihr. Alles klar. Ja, kompensiert B wieder. Wir halten jetzt B. Drücke ist was. Geht ihr zu B wieder? Ich bleib allein bei C da. B geht. Y bei A. Also, wir sind süßes drei bei B. Einer down bei B. Wir kriegen B wieder. Ach Gott. Da wo einer? B hab ich den einen. So, wir haben B wieder safe. Jo. Ich deck den Aufzuggang deck ich. Ah, außen. Piepser. Piepser. Einer mindestens. Zwei. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ah, da kommt zwei. Kommen rein. Und wo kommen zwei rein? Piepser. Piepser. Hinterrum bei Bravo. Beide Daumen bei D. Mein Drohn ist weg. Es ist so zum Kotzen. Ganz ruhig. Oben kommt was. Ich glaub. Jetzt ist die Tür offen gegangen. Hier. Tür. Ja. Einer bei A noch. Ah, nach runter geschwungen. Pass auf. Der ist da oben. Es sind drei Mal nach runter geschwungen. Die versuchen auf C rüber zu gehen. Ich hör einen. Das bist du. Alles klar. Ja, ist er. Ja. Oh. Runden sind welche. Ich weiß nicht, ob auf Bravo auch. Ich bin down. Nicht dein Ernst, oder? Ey, die Nate ist an der Scheibe reflektiert und ich bin down. Shit. Spawn Charlie. Ja. Ich auch. Untergesprungen. Ja. Einer down. Beide weg. Okay, geht zu B wieder. Geht zu B wieder. B ist soweit sauber. Geht trotzdem einfach hin. A Hitman ist down bei B. Ja, den hab ich ja weg beim Hitman sein konnten. Einer ist. Einer ist Brücke. Einer oben down. Hab einen down bei B. Der wollte ohne springen. Dauber. Ich hab Lastrat. Okay, ist was. Achtung, von außen kommen sie wieder. Von außen okay. Oh, Hitman, Hitman ist ran. Einer down. Innen, einer down. Alles gut. Ich geh wieder auf Pose. Nicht so viel bewegen. Hier, ich hab einen gespottet. Die versuchen auf Charlie rüber zu gehen. Zwei Stück. Nein, ich verschiebe. Bleib alle. Position. Okay. Das ist einer. Drei Mann kommen wir da jetzt. Drei Mann rein. Unten bei C. Ich verschiebe Charlie. No, gut. Schmidt down. Unten. Bravo, unten ist was. Beie dich. Nichts, beie dich. Ja. Hab ihn, hab ihn. Unten ist er fast down. Sechs Prozent. Nichts, beie dich. Nichts, beie dich. Nichts, beie dich. Okay, ich verschiebe auf Bravo. Trifnix, bleib C. Ja. Okay. Einer down bei C. Wie viele waren es? Insgesamt drei, aber wahrscheinlich wieder gespottet. Ja, dann sind alle down Trifnix. Alle sind down. Ah, der ist unten nach Bravo. Vorderen bei der Rolltreppe. Hitman. Der ist vor Deal, glaube ich. Trifnix, gib wir jetzt B. Bleiby alleine bei C. Beie Stück noch. Ich bleib bei der Galerie. Oh, schneller. Beie Stück noch. Bravo. Scheiße. Zwei direkt Backrange. Weg. Pulse mich. Einer down. Genau unter der Rücke. Zweiter down. Alles clear wieder. Einer ist rausgelaufen. Kleine Türen. Hitman. Bist du ihn? Nice. Ich geh wieder auf Tosi oben. Jo, ich geh auf die Tlappe hoch. Also Hitman schon dort. Ich bin da. Macht nichts. Verschiebst du Charlie. Einer rein. Einer rein. Angezeichnet. Verschiebst du Charlie? 2, 2. Okay, verschieb wieder Bravo. Hitman. Ein. Ich hab einen. Blackrange. Einer down. Ich hab einen. Einer down. Einer. Ist gespottet. Ist gespottet. Ist da draußen. Sauber. Sauber. Hitman. Du hast dich gerade fast selber gekillt. Hotlist. Clear. Super. Super. Ich hab einen gespottet. Die laufen wieder zu Charlie. Einer läuft wieder zu Charlie. Von wo? Mitte? Mitte, Mitte, Mitte. Ja. Wer läuft linke Seite zu Charlie? Ja, natürlich schon. Okay, ich bin gefallen. Drei auf Charlie. Drei auf Charlie. Ja. Bravo. Versuch uns auch. Hitman. Ist vielleicht so richtig. Bravo. 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 Ich hab einen weg auf Charlie. Ja. Achtung. Direkt dort. Oben. Hinten auch. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Achtung. Ich bin gefallen. Bravo. Es sind die Bäche. Ja, verschiebt auf Bravo. Spawn bei Hitman. Da ist er. Oh. Wahnsinn. Zwei weg. Versuch einer safe zu bleiben. Dann können wir spawnen. Spawns von mir. Rollenade von mir immer wieder. Rollenade von mir immer wieder. Okay, ich geh mit Cisco. Aber andere einen anderen Ausgang rein. Bauen. Hast noch einer Cisco? Ja, hab mich. Hab den, hab den. Draußen ist noch was, oder? Ich weiß nicht. Bravo geht wieder. Ja. So, jetzt soll es einmal gehen. Ich geh wieder schnell auf meine Posi. Hier oben. Was ist da oben? Ja, ja. Ich geh hier oben. An der Seite hin. Versuch zu spoten immer. A außen. Ja, gut. Geh du mal hier hin bitte. Hier unten. Bei mir kommt was. Down. Ich bin nicht. Maceman kannst du den beschäftigen. Ich krieg das dann. Dank dir. Ja, ich bin beschäftigt. Ich spawn jetzt wahrscheinlich bei dir. Ja, ich bleibe lieber da bei dir. Ja. Zwei haben wir. Flagge ist wieder safe, glaube ich. Er braucht es. Der ist down. Chef Nate. Down, alles gut. Da sind jetzt zwei. Einer oben. Soll ich verschieben auf Charlie? Musst du sagen? Ja. Okay, ich verschiebe. Einer down. Einer down. Ja, da ist noch einer. Zwei sind gespawnt. Da ist noch einer. Ich spawn bei dem Messner. Alter, was war das für ein Nate? Die war perfekt von dem. Kriegst du mich? Alexander hoch schon. Ja, alles gut. Neuner hoch. Alles gut. Macht Screenshots. Vergessen. Ja. Wollte auch grad sagen. Einer down. Shit, hat er mich auch noch. Wurscht, mach nix. Ich gehe auf Schiebke. Bravo. Spawn tot. Ja. Ebenfalls so. Aber einer war noch down. Einer down bei B. Ich aber auch. Die Tickets. Ey, die haben noch acht Tickets. Wenn wir da jetzt verlieren, dann was. Verlieren wir nicht. Das ist noch ne zweite Runde. Deswegen müssen wir aufpassen. Ich bin bei C gespawnt. Ich versuch auf C zu gehen. Wahrscheinlich haben sie es nicht abgedeckt. Obwohl die Schiebetür ging grad auf. Hab ich gesehen. Ja, die machen meine Strategie nach. Ich warte draußen, während du reingehst. Ich versuch auf. Ich versuch auf. Ich versuch auf. Ja, einer oben. Hast du den? Zwei oben, zwei oben. Einer noch nachgespawnt. Einen hab ich. Noch einer, ja. Passt, hast beide. Nice. Doch einer von Brava aus. Ich bin da. Brava. Der ist down, glaube ich, oder? Ah, der ist weg. Gern auf Brava drauf. Gern auf Brava drauf. Alles da noch? Passt. Die sicherer oben passt. Sauber, Jungen. Screenshots. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Trittman, dein Throne ist wieder weg. Nein. Wieso ist da eine gelieft? Grozelle? Jo.